hallo hallo und willkommen bei einem neuen special zu fallout 4 ich bin olex sauber möchte euch heute zeigen wie man die zeit verändern kann ja es eigentlich ziemlich einfach man gibt für die konsole tippt dann folgenden satz ein wir tippen setteile gali so fangen wir keine ahnung fangen wir mal mit 1 an oder ich sage euch mal was standard ist 16 ist standard also mit 16 verläuft die zeit so wie sie im spiel verlaufen soll also falls ihr es zum beispiel sagt habt dass der tag nur zwei sekunden dauert dann könnt ihr 16 eingeben wieder so aber ich zeige euch jetzt erst mal wie man den tag langsam macht das ist indem man 1 eindrückt ja was passiert bei 1 ja bei 1 passiert eigentlich folgende die zeit dauert so lang wie im wirklichen leben also sprich 24 stunden sind hier in diesem spiel tatsächlich 24 stunden also es dauert einfach bis sich was verändert dann gibt jetzt auch noch die möglichkeit wenn einem alles zu langsam geht wir geben jetzt immer 1000 1 jetzt haben wir 7 39 sie 8 4 8 36 also die zeit geht ziemlich schnell man sieht sogar hier den tag und nacht wechsel es ist vielleicht ganz nett wenn man möchte dass die uhrzeit im spiel dieselbe ist wie im wirklichen leben also wenn man sagt ja ich möchte ich spiele jetzt gerade abends also möchte ich auch dass die uhrzeit abends ist dann macht man halt die zeit ein bisschen schneller wartet bis es 20 uhr ist hier zum 3 jetzt könnte ich so langsam 4 5 6 7 8 7 genau jetzt sage ich oh ja jetzt jetzt passt perfekt oder wenn ja jetzt könnte es perfekt passen dann dann tippt man dann die 1 1 also sprich hier so dann läuft jetzt die zeit wieder langsam so wie im echten leben eine minute dauert eine minute wenn wir jetzt natürlich sagen wir fehlen aber noch keine ahnung es ist jetzt aber eigentlich 7 uhr 15 ja dann gibt es da wie die 16 1 1 23 geht jetzt ein bisschen langsamer naja ihr wisst was ich meine naja jetzt mal 14 so jetzt muss 15 sein na immer noch nicht jetzt aber oder ja genau jetzt tippe ich die 1 1 sagt es ist 7 15 auf meiner uhr und 7 15 hier in diesem spiel perfekt jetzt läuft die zeit wie im echten leben ja haben wir die zeit synchronisiert ja aber es gibt auch noch die möglichkeit die zeit extrem schnell verlaufen zu lassen wenn man sagt ja scheiße jetzt muss ich fünf tage warten bis mein gemüse gewachsen ist darauf habe ich keinen bock ja dann gebe ich time to scale du blablabla 10.000 das ist glaube ich so das maximale was man eingeben kann und dann geht's ratzfatz ein tag eine nacht ist rum so tag und wieder nacht und wieder tag ja so geil ja sollte man natürlich bedenken dass da viele missionen nebenbei viel schlagen ist halt dann gleich jemand die perfekte option so genau dann machen wir wieder 16 damit wir die zeit normal läuft ja genau das war es eigentlich auch schon ja vielen dank fürs zuschauen ich glaube das war eigentlich so der letzte cheat zu fallout den ich euch zeigen werde tour mal gucken ob noch was folgt ob ich noch was rausfinde was ihr unbedingt sehen solltet ja genau ich bedanke mich vielmals für euren tapferen fleiß und euch die videos angeschaut habt und auch mit ausprobiert habe und mit gefiebert habt ja dann kommen wir jetzt eigentlich wieder zum normalen fallout juhu tschau ich bin euch saug